Ja, willkommen zurück zu Hausbilder. Ich habe noch vergessen, meinen Wecker wieder anzustellen. Wir kommen in einem wunderschönen Land, das die meisten Luxusautos der Welt besitzt und in dem man am Freitag und Samstag das Wochenende gefeiert wird. Wir bewundern mit uns die wunderschöne Architektur des Islams, die hohen Türme, Marinette, äh, genannt, sowie die erstaunlichen Ornamente, die für die lokale Kultur, Tradition spezifisch sind. Spezifisch. Wir sind arabisch, wie im arabischen Buch aus Tausend und Einer Nacht, können auch wir hier im exotischen Saudi-Arabien schnell etwas aus dem Nichts schaffen. Und wir brauchen dafür keine Wunderlampe. Ah ja. Ja, das haben wir richtig gut gemacht. Ein bisschen rumgeklickt, super. Lesen kann ich heute auch nicht mehr. Schön. Okay. Bittes ein Pavillon. Ein bisschen mit ein Pavillon-Bum. Ist es soweit? So. Die Nagelpistole, alles klar. Das sind anscheinend die Fälschung-Bretter. Welche Bretter brauche ich denn? Ich brauche anscheinend den Rasenmäher. Aber ich möchte gerne die Bretter da oben haben. Welche brauchen wir denn? Das sind aber nicht die Bittigen. Äh... Aber wir können da heute so ein bisschen reingucken. Okay. Wie weit können wir hier? Nicht so weit. Okay. Können aber auf Autos drauf verwüpfen. Okay. Ah ja. In den Hintergarten kommen wir auch nicht mehr rein. Schön. Naja. Okay. Haha. Ich habe mich an der... Okay. Ich habe gedacht, ich habe mich an der Alferwurm vorbeigequetscht. Nein. Aber ich brauche dafür doch die... Komischen Bretter. Na gut, dann mähen wir eben halt Rasen. Rasenmähen macht so Spaß. Wir hätten uns ruhig mal einen Aufsitzmäher kaufen können. So. Huh. Ich gucke irgendwie die ganze Zeit so hoch, ne? Das ist schön, dass wir schon so viel geschafft haben. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Anime geguckt. In den letzten paar Tagen. Deswegen war ich auch eher so selten online. Weil ich ihr... So bei Netflix habe ich den Ding mal. Da so ein bisschen von mich hingeguckt. Ein bisschen nebenbei gepuzzelt. Und dann... Savage of the End habe ich geguckt. Super Anime. Kann ich nur empfehlen. Super. Gute Arbeit. Ich wollte da hin. Ähm... Hm? Ja. Ah. Ach, den muss man ja wieder reinziehen. Boop. Aber ich glaube, wir müssen da doch erstmal... Oh, du musst mit der Beton erstmal reinkippen. Oder müssen wir... Ah, okay, wir müssen erstmal kurz puddeln. Ja. Puddel ist unsere Leidenschaft. Gar kein Thema. Ah. Ah. Vor kurzem, was ist das denn? So. Ach, da geht's weiter. Okay. Müssen wir gleich nochmal kurz weiter reingucken. Um den Blick. Machen wir das hier mal kurzzeitig. Ich mache alles gleichzeitig. Wie sieht das auch gehört. Weil ich immer alles gleichzeitig mache. So. So. Ja, das... Ach, das wird der Pool. Ja, gut. Ja, gut. Wenn es denn der Pool wird. Ach, wir hätten gleich die Teile mitnehmen müssen, aber... Egal. So. Können wir alles hin. Andere Leiter haben wir auch. So wie. Und da. Einmal rundherum. Ja, warum wir auch nicht, ist er wahrscheinlich geworden. Das heißt wahrscheinlich, sondern... Das ist... Ja, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass es hier sehr, sehr warm ist. So. So. Einmal alles ran und wieder weg. So, die haben wir schon mal durch. Ja, da... Trinkt noch seine Runden da. Jo. Den Pool machen wir auch gleich nebenbei fertig. Machen wir mal kurz hier noch die Ecken mit. So. Uh. Hoppia. Daneben gelaufen. Ja, doch. Lass mich doch erstmal bauen. Obwohl du mich mit allem und jedem Mist zutextest. So. Ah. Ja. Ja, doch. Ich bin doch dabei. So. Boah. Wee. D'ordaro. D'oh, mein Trip. originated. D'oh, mein Trip. Wee. Hey. Alrighty. evalu Juh. Du? Du? so fast für die lüge fast für die lüge die okay so nein ich wollte nicht runter Herzlichen Glückwunsch! Weiter so! Jubel! Ja, doch! Gehst du mal auf den Piss! Ach, da fehlt noch ein Beton! Da fehlt noch ein Betonsack! So! So! Also, er misch kann! Fokusern! Geht es nicht! Und den hier! Wunderbar! Wunderbar! So! Naja! Hä? So! Geht da auch noch mal rein! So! Dann müssen wir da hinten noch einmal Beton reinmachen! Ja! Pudu, 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 Pudu! Pudu, Pudu, Pudu! Beton reinkippen! Hi! Hey! Wir können das richtig gut! So! Jetzt machen wir den hier aus erstmal! Wollen wir erstmal ja nicht! Das sind wahrscheinlich die Steine hier! Kommen wir uns um! Alles gleichzeitig! Oh! Ja, doch! Oh! Oh! Die gibt mir auch! Ähm! Welche Platten? Die hier? Geben Sie den Schub gerade Beton und das doch! Hä? Ah! Jetzt geht's! So! Und jetzt nochmal die hier! Ja! Super, dass man das doch jetzt hat! So! Einen haben wir noch! Jo! Falsches Material! Das hier? Ah ja! Was für hässige Fliesen sind das bitte! Ah ja! Was muss da jetzt rein? Ach, die Leiter muss da ran geschrubbeln! Die Leiter hat die vorher eigentlich schon dauer! Und jetzt kommen wir da auch nicht mehr so raus! Natürlich! Okay, das sind die anscheinend nicht! Die Fliesen verkaufen wir! So! Die nehmen wir mal mit! Ich weiß immer noch nicht! Hundertfünfzehn! Okay! Also die müssen wir wahrscheinlich ja bestellen! Terrassendealen! Das sind... Ne, das sind die gar nicht! Na! Oh ne, er fährt dieses Mal gerade aus! Na süß! Naja, ich weiß! Ich bin auf dem Weg! Wenn ich denn darf! Dann darf ich! Ja, dann setz sie doch da rein! Bitte! Ja, dann setz sie doch da rein! Dann machen wir das hier auch gleich mitfällig! Aber weg ist es weg. So. Super. Läuft. Nein. Bitte nicht einfach so wegfliegen, wenn es geht. So. Perfekt. Jo. So. Na. So. Jetzt aber. So. Warte mal. Ach, natürlich muss ich hier jeden Einzelnen machen. Davon haben wir wahrscheinlich viel zu viele bestellt. Warte mal nix. So. Fast da. Fast fertig. Jo. Ah ja. Der ist fertig. Wir können noch baden. Ne. Wir wollen da kein Beton reinmachen. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Ja. Drücken Sie M für mehr Tipps. Jo. Ja. Ich glaube, die hier brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, das ist... so. Dann machen wir die hier nochmal runter. Das sind noch mehr davon. Ah. So. So. Für mehr Tipps. Ja. Wir haben ja gar keine Tipps jetzt gerade. Was? Muss da wieder Beton rein? Äh. Ja. Ja. Toll. Das sind ja super Tipps. So. Hier ist der Kran. Muss da Beton rein? Komm. Wir haben da so viel Beton rumliegen. Da muss garantiert noch irgendwo Beton rein. Wollen wir mal anschalten. Okay. Dann gucken wir mal, ob das denn funktioniert. Dum 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 dum. Ja. Hä. Okay. 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 Was muss da jetzt rein? Ziegelsteine. Haben wir hier irgendwo Ziegelsteine? Da. Ah ja. Super. Ob das so brillant ist, weiß ich ja nicht. Huch. Die wollte ich nicht hoch. Äh. Da sind ja noch mehr Steine. so super das mal so einfach gehen würde ich habe keine zielgesteine den hier auch noch mit ach gar keine zielgesteine mehr die können wir ausmachen aus dann hier den nächsten ja ja das waren die zielsteine andere seite musste ich so noch brauche ich das ja gar nicht du bist überladen ja das musste jetzt auch unbedingt dann noch an so das soweit wie es geht hier vorzusetzen ja ja ich weiß das war diese folge wir sehen uns dann in der nächsten bis zum tschung und bis zum